Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, zum Jahreswechsel ist immer ein Zeitpunkt, zu dem man auch Rückblick hält. Wir haben ein Jahr 2014 hinter uns mit großen Herausforderungen. Begonnen hat es mit der Kommunalwahl und wir hatten im Landkreis Bad Kissingen große Umbrüche. Über 50 Prozent der Bürgermeister wurden neu gewählt. Es gab viele neue Gemeinden, Stadt- und Kreisrätinnen und Kreisräte. Und es ist erfreulich, dass wir trotz dieser großen Veränderungen im vergangenen Jahr eine hervorragende Zusammenarbeit pflegen konnten, dass die Arbeit kontinuierlich weiterging und dass parteipolitische Überlegungen im Hintergrund standen. Dafür vielen Dank. Wir mussten uns mit der Thematik Südlink beschäftigen. Südlink, die Stromtrasse, die von Tenet geplant wird, die das Biosphärenreservat Rhön durchschneiden soll und damit auch einen großen Einfluss auf die Lebensqualität und auf unser Landschaftsbild haben würde. Gemeinsam haben sich die Verantwortlichen auf der Kreisebene, auf Gemeindeebene und viele Bürgerinnen und Bürger eingesetzt, dass man diese große Monstertrasse durch die Rhön verhindern kann, dass man das Biosphärenreservat schützen kann. Und wir haben unsere Belange vorgetragen. 9.500 Unterschriften wurden gesammelt im Landkreis Bad Kissingen und an Verantwortliche auf der Bundes- und Länderebene übergeben. Und jetzt ist unsere Hoffnung, dass unser Protest und dass unsere guten Argumente dazu beitragen werden, dass wir die Rhön als einzigartige Landschaft, als Land der offenen Fernen schützen können vor der Beeinträchtigung durch diese Stromtrasse. Und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass dies gelingt. Wir haben im vergangenen Jahr auch mit der weltpolitischen Situation und immer mehr Krisen im Landkreis Bad Kissingen zusätzlich Flüchtlinge und Asylbewerber aufnehmen müssen. Hier bedanke ich mich ganz herzlich bei der Bevölkerung, die wirklich ihren Beitrag dazu geleistet hat, dass dies gut gelungen ist, dass wir in Gemeinschaftsunterkünften und in dezentraler Unterbringung inzwischen über 500 Flüchtlinge aufnehmen. Und dass wir durch großartiges ehrenamtliches Engagement neben der Unterstützung der Gemeinden und des Landratsamtes hier wirklich den Menschen helfen können, die in Not zu uns kommen. Das macht Hoffnung für das kommende Jahr, das vor uns liegt, auf 2015. Und ich denke, wenn wir gemeinsam auch in 2015 die Dinge anpacken, mutig vorantreiben und diese Geschlossenheit bewahren, dann werden wir auch 2015 erfolgreich meistern können. Dazu darf ich Sie alle bitten um Ihre Unterstützung. Und ich wünsche Ihnen für das Jahr 2015 alles Gute, Gesundheit, viel Erfolg und Gottes Segen.